Und willkommen zurück zu Empyreion. Wir sind hier immer noch in der Basis. Ich versuche immer noch weiterzukommen. Und ich versuche... Kriege ich denn das Ding nicht kaputt? Ich wollte das haben. Die Tür... Wo sie hier wieder den Kern versteckt haben... Ich versuche das... Ich würde sagen, wir gehen nach Ostmall zurück zum Schiff. Wir laden das Zeug aus. Ich würde sagen, wir gehen nach Ostmall zurück zum Schiff. Wir laden das Zeug aus. Die Generatoren will ich ungern zerstören. Wir laden das Zeug aus. So... Chatpack ist ein... Los! Schiff... Wir laden das Zeug aus. Wir laden das Zeug aus. Und gucken dann mal weiter. So... Oh! Oh! Sogar... Biokraftstoff... Cool. ok jetzt eigentlich sollte ich die mitnehmen oder sollte ich die lassen möchte mit trainerung feuer ich glaube das ist gut viel schuss haben auch nicht mehr ich würde ja gerne den anderen eingang reingehen aber da war ja auch das war denn da war doch auch irgendwas würde ich auch gerne reingehen war ja auch was man gesundheit auffüllen was so Oh. Hier ist kein weiterer Ausgang oder Eingang, gell? Ist aber auch kein Kern zu sehen, oder? Kein. Probieren wir mal. Ich glaube, natürlich gleich schon ganz eckig, gell? Okay. Oh. Texturierungsgerät. Oh. Oh. Was ist das? ich hab mir natürlich einen weg hier nach draußen geht kommen auch so noch mal schnell zum raumschiff das zirka ausräumen und dann muss man natürlich da unten weiter gucken weil ich vermute mal ich weiß es aber nicht mal prozentig aber ich vermute es das ist hier wahrscheinlich auch oder irgendeine epische versteckte waffe oder sowas gibt den kern wollte ich natürlich gerne abbauen allein wegen den rohstoffen das essen mit roh schlecht eine 8 box haben so aber nicht so schlimm dann sieht es doch schon mal gut aus da haben wir unsere erste basis hier zerstört in die schnauers da hinten hier oh Oh Ich wirklich Das ist auch eines Nachlagen Tja, wo haben die ihren Kern versteckt? Ja Was soll da noch einer kommen? Ist doch. So. So... Und auch drei. Alle drei auf... Ah, hier ist noch einer. Alter, schau, Alter. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Das wusste ich jetzt nicht. So. Oh, die haben schöne Sachen drin. So. Aber hier sehe ich immer noch keinen Kern. So, ich fülle erst mal schnell meine Energie noch auf. So, dann sehe ich auch schon, dass die Folge schon wieder fast vorbei ist. Nahrung brauchen wir auch noch ein bisschen. Gut, so. Die Tür noch kaputt. Ich hoffe, ich reiche mit der Munition. Ich habe nicht viel mitgenommen. Cool. 22 Schuss. Alles klar. Nichtsdestotrotz, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ansonsten immer gern in die Nachrichten, in die Kommentare rein. Alles klar. Ich danke euch. Schönen Tag wünsche ich euch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.